Hallo meine lieben Anna-Nerds! Ich habe das große Vergnügen, endlich die Gewinner von meinen zwei Gewinnspielen bekannt zu geben. Das erste war Pokémon Sun & Moon und das zweite war für die Zelda-Tickets am 1. Oktober. Schon bald also. Ja, ich möchte gar nicht groß drum herum reden. Pokémon Sun & Moon, mein Gefresse. Ich konnte mich nicht entscheiden. Es gab zwei ultra coole Kommentare. Und zwar der eine war von Kokuna Matata. Dieser hier. Ich lese jetzt nicht vor. Und der zweite war von Sven Messerli. Auch richtig geil. Ich konnte mich nicht entscheiden. Und deshalb habt ihr beide gewonnen. Ja, ihr kriegt beide einen Sun & Moon von Nintendo. Und ich würde sagen, am besten schreibt ihr beide mir eine Nachricht auf cielnoir.gmail.com mit dem Betreff Sun & Moon. Mit eurem richtigen Namen und eure Adresse. Damit ihr das zugeschickt bekommen könnt. Und dann komme ich zum Gewinner der zwei Zelda-Tickets. Diesmal aber wirklich nur einer. Und bevor ich den aber bekannt gebe, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wenn ihr auf Ticketcorner.ch geht und dort die richtige Vorstellung raussucht, einen Platz wählt und das Ticket bestellt, dass ihr dann mit dem Rabattcode CIELNOIR 20% bekommt. Das ist eine ordentliche Menge. Der Link ist natürlich unten in der Infobox. Und ich möchte euch jetzt nicht zu lange auf die Folter spannen. Gewonnen hat. Relativ kreativ. Mit diesem tollen Kommentar. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns am 1. Oktober beim Zelda-Concert. Und den anderen wünsche ich ganz viel Vergnügen beim Zocken ab dem 23. November. Und wir sehen uns ein andermal. Bis dann. Ciao.